Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Büsuma-Krabbensuppe. Dieses Rezept der Büsuma-Krabbensuppe stammt aus Dithmarschen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 200 bis 300 Gramm Nordseekrabben 700 Milliliter Gemüse oder Instant-Gemüsebrühe 300 Milliliter Fischfond 100 Milliliter Schlagsahne Mehlbutter, je 1 bis 2 Esslöffel zimmerwarme Butter und Weizenmehl, Type 405 20 Gramm Krebsbutter oder ein Fertigprodukt Zitronensaft, Cayenne oder Piment-Despelette Salz Garnitur 1 Esslöffel fein gewiegter Kerbel Schlagsahne aus 100 Milliliter Schlagrahm Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Küchenpapier Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit Rührschüssel Küchenwaage Messbecher Schneebesen 4 Suppentassen Teigschaber Zubereitung Aus 100 Milliliter Sahne eine feste Schlagsahne schlagen. Die Mehlbutter laut Anleitung herstellen. Die restliche Schlagsahne, den Fond und die Gemüsebrühe in einem Topf zum Kochen bringen. Die Krebsbutter mit einem Schneebesen einrühren. Danach die Suppe mit der Mehlbutter binden. Die Suppe pikant mit Zitronensaft, Cayenne oder Piment-Despelette abschmecken. Die Krabben auf die Suppentassen verteilen und mit der Suppe auffüllen. Die Suppe mit einem Klecks Schlagsahne versehen und mit dem Kerbel bestreuen. Die Suppe heiß servieren Als Beilagen eignen sich Barget Diese Varianten gibt es Zusätzlich 40 Milliliter Weinbrand oder Kognak der Suppe zufügen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!